Mit Profoil bringt Fischer die Innovation im Skiturtenbereich. Diese Aufstiegshilfe ist aus einem Belagsmaterial hergestellt. Dadurch gleitet es extrem gut, bin dadurch schneller im Aufstieg unterwegs oder einfach ergonomischer. Zusätzlich basiert das Ganze auf der Fischer-Krauen-Technologie. Das heißt, wie viele aus dem nordischen Bereich kennen, verwenden wir eine schuppenartige Struktur, die besten Grip gewährleistet. Grundsätzlich hat das Profoil ein nahezu gleiches Gewicht wie ein herkömmliches Fell. Die geschlossene Struktur erlaubt keine Wasseraufnahme und dadurch nimmt das Profoil im Aufstieg kein Gewicht zu. Du, 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 du.